Hey, hi, ich heiße euch herzlich willkommen im U2, unseres Stuhlsfrauenzimmers. Ein wunderschöner Raum mit viel Platz, viel Atmosphäre und vor allen Dingen mit viel Zeit für dich. Denn hier unten veranstalten wir unser Private Shopping, unter anderem. Und natürlich nützen wir den Raum auch für Events, aber gerade fürs Private Shopping ist einfach perfekt. Wir können Espresso genießen, Prosecco genießen und genau nach deinen Wünschen schon einiges vorbereiten, damit du einfach hierher kommen kannst, die Zeit genießen und die Aufmerksamkeit, die wir dir von Herzen geben. Möchtest du auch erleben, was Stuhls Modegenussleben heißt? Unsere Vielfalt, unsere Produkte von Feinkost über Geschenke, Accessoires und natürlich viel Mode und Schuhe. Dann melde dich, komm alleine, komm zu zweit oder macht euch einen schönen Mädelsabend. Gar kein Thema. Oder du schenkst deiner Freundin, wäre auch eine schöne Idee. Melde dich über unsere App oder über WhatsApp und wir nehmen uns Zeit für dich. Bis bald, sieben Bis zum nächsten Mal.